Xayah und Nami haben zusammen 110% Win-Rating. Was passiert da? Wir kommen einfach direkt in den Victory-Screen. Dass da vorher noch keiner drauf gekommen ist, ey. Xayah, let's go. Und das ist jetzt so ein Poke-Stil, oder was? Ja, ja, ich bin quasi Mage. Xayah, Rakan siegst Jarren? Ja, ja, das klingt grad ganz brutal. Das ist ja illegal ein Kombo, schon mal ein Gottlos-Verruch-Kombo. Oh, lass es wechseln einfach mal. Nur in diesem Scream haben wir Angst vor Wechseln. Also wenn jetzt gegen uns ein Xerathius-Game gewinnt, dann pick ich nur noch Xerath heute hin. Okay, lass hinten, Leute. Das ist meine Teamfight, komm, Jungs. Besten Wert für mich, wenn du eh rein-EQs und mich dann jetzt schon übernehmen lässt, Phil, ne? Also soll ich dann so kurz ein Back-Step machen? Back-Stapen kannst ja gut, ne, Phil. Okay, klär das mit bei euch. Ich würd Level 2 gottlos in die reinheizen. Also ich würd... Unten haben wir gottlose Prios. Kutscher benutzt nicht so oft dein Lieblingswort, gottlos. Ich hab top-end hardes Prios. Hardes Prios? Ja, das ist Gott der Unterwelt. Du bist doch top-lein. Hast du nicht Zeus-Prios? Zeus-Prios ist auch gut. Shut the fuck up. Ich flash auf Lulu drauf, wenn die vorruft, ne? Wir können auch auf MF, wenn sie... Ja, das ist top. Oh, KZ ist doch schon. Lulu? 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 Ja, Crux in Rain ist jetzt schon... Dann kämpfe ich um die Prios. Der hat halt die KZ da. Ich bin halt schon der Lulu Flash kill theoretisch. Ich bin auf dem KZ drauf. Lulu Rob, Lulu Rob, lulu Rob, lulu Rob, bitte. Wo kommt es immer noch mit? Nee, KZ super los, KZ super los. Ich bin jetzt hier wahrscheinlich so. KZ, äh, wo kommt es immer noch mit? KZ, äh, wo kommt es immer noch mit? Lulu ist hier dann KZ2? Ich gehe nach unten raus. Ignite Lulu. Wir können ja auch die Leiden, oder? Ja, ja, ja. Ich kann tippieren, ich kann tippieren auch wo. Nein, das war gut. Ich glaube, Lulu ist schon dead around, oder? Es ist egal, wir nehmen die Flash und gehen raus. Loch rauf. Okay weg. Bot no Flashes. Enemy blue buff is up. Ja, der Füße ist jetzt geworben. Ja, kannst du auch, die sind bei mir. Ja, guck mal hier, 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 hier. Der hat auch hier. Kannst du rein, Maddy? Ja. Nee. Ich glaube, ich bin dead. Ich kann jetzt rein. Ja, ja, ja. Nice. Okay, hartpushen wir die Bot Rave und dann verliert die nochmal. Ah, die sind super, super. Kannst du alleine Top-Lame, äh, Bot-Lame pushen? Ja, ja, ich bin klar. Ich helfe dir. Close. Ja. Du bist da, oder? Nach dem Reset glaube ich schon, ja. Ja. Aber, aber, ne, also, wir deleten einfach beide instant-Wave. Es gibt keine Wave. Hab nix Shit, ich hätt's dir sagen sollen. Wir spielen das jetzt so, dass wir Mitte pushen und mit Johnny Bot-Side-Moven und dann auf den Waves einfach die Leute diven. Die haben keinen Flash-Bot-Lane, ne? Wir können Bot-Lane hier rauf, wir können Bot-Lane hier rauf. Ja, ja. Kein Flash auf Lulu. Ja. Oh, Kalix im Busch. Matthew? Ja, du ist dead. Nice. Ich kann gleich Mitte vom Top-Side kommen. Actually, ich move zu dir, Pius. Mhm. Aber ich brauche. Die da hört einfach raus. Ja, da gibt's ja left. Ich komme zu dir. Ich glaube, ihr durch zur Krabbe. Keine, keine Ulti. Ich fight hier, Wukong. Ich fight hier, Wukong. Nein, ich kann nicht mehr. Pass auf, sorry. Fine. Wir move'n. Du hast den, oder? Ja, also. Ja. Nice. Okay, ich muss wieder reset. 20 Sekunden auf Drake, dafür spielen wir. Lulu kann Flash. Ich komme aus Base direkt dahin. Oh, shit. Richtig zum Rand. K6, Zaraf, komm euch entgegen. MF nult, Lulu nult, K6 nult, K6 nult Flash. Schönes Ding. Lass es langsam spielen. Ich hab 15 Sekunden nach Wukong dp. K6 kein Flash, alle drei keine nult. Okay, lass deep rein. Wukong hinter uns. 50 Sekunden gleich wieder Combo. Schön. MF Flash. MF Flash. Okay, raus, 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 raus. Aber das ist fein, wir kriegen einen Top-Man super viel jetzt. Schön. Der letzte Mal trainiert. Ja, der letzte Mal komplett drin. Nee. Doch. Nein. Na gut. Aber ich kann für eine Ult auf Mitte schauen. Hier ist K4, komm. Okay, rauf, 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 rauf. Fertig. 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 Haben wir noch was? Da war's irgendwo rum. Nee, dann lass einfach, lass einfach. Mitte, Mitte, Mitte. Ich geh rüber, ich geh rüber. Ich hab noch nichts gehabt, weil sie gut kann ja gerne an die Wand treten. Ja, aber schon. Nice, schön. Nice. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie Toros winen. Oh, die sind Top-Man grade. Ich komme auch. Ich brauche noch ein bisschen. Na, da soll ich tot sein. Hat er noch W? Weiß ich nicht. War keine Ulti. Ich hab den hier. Er hat W'd. Nice. Ich hab die. Schönes Ding. Digga, was? Ganz vergessen, dass er Golden Kick gebaut hat. Das sind keine Ahnung. Wir waren schon. Wir können auch Top, wie gesagt. Wir haben einen dicken Slowbus Top. Wir sind hier oben komplett blind, ne? Ja, soll der? Dann lass doch Top-Rutti. Ich bin der Call gut. So kann man so so bleiben. Ja, ne? Nice. Ich geh Mitte. Ich geh Mitte. Hast du noch Ulti ab, Johnny? Ja, ja. Hier, bei mir? Ja. Beide Flash oder Flash? Beide Flash, beide Flash. Ist noch K6. Sorry, ich werde das noch am Flap. Ja. Schön. Hit Wukong noch. Hit Wukong noch. Hit Wukong noch. Und slowly raus. Slowly raus, guys. Oh, die können anfangen. Fall rein, fall rein, fall rein, fall rein. Let's go, 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 go. Kein DPS. Ach so, ich hab's okay. Mein DPS ist auch solid. Haut weiter rauf. Haut weiter rauf. Okay, raus, 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 raus. Oh mein Gott, die gehen weiter. Ja, kein Dup mehr, ne? Ja. Okay, wir sind im Pit hier. Ich hab Ult im Pit. Okay. Nimm weiter ein Fight, nehm weiter ein Fight. Ich hab nix mehr. Der added ziemlich slow. Hier oben ist Xaroth noch. Ich kann auf langen Weg mit Pierce kommen. Länger, Fight 0. Ich denke. Nice. Ich geh rein, ich geh rein, ich geh rein. Hat der Flash? Noch ein bisschen für Follow up, komm mal. Ich bin im GA, ich bin im GA. Okay, maybe steppen die ab. Ja, 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 ja. Okay. Flash im Inf. Ja, mit dem Info, mit dem Info. Die haben gar keine Ruhe. Ui, 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 ui. Ich glaube, die haben ja ein Problem. Ich hab' den Teppet. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich muss nur resetten. Ähm. Ich kann nur noch reingehen. Ich kann nur noch reingehen. Wukong hier im Pit. Ich hab' GA. Ja, look MF. Geht für Wukong, 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 Wukong. Schön. Nash, guys, kommt Nash, kommt Nash, kommt Nash. Wir haben, wir haben Turnmöglichkeiten auf jeden Fall. Also ich kann rüber. Ich hab' immer noch GA ab. Schön durchziehen. Super. Starkes Smite, Sola. Okay, nice. Oh, puh, finally. Äh, wir spielen. Okay. Drum wird gefeiert. 3 top, 3 top. Kalix wird laut top. Wir kriegen die Mitte dafür. Mitte und Bot. What? Können wir finischen. Lass wir einfach ein bisschen poken, okay? Oh, ich hier den Turm. Nice. Wir können einfach Nexus hitten, guys. Ja. Berat ist ab in 10. Nice. GG. GG. Good game. 2 Minuten Pause. Blame the jungler. Blame the jungler. When you go all and eight. Blame the jungler. Blame the jungler. When they got three fire drakes. You lose flame and start to flame. Launch your verbal assault. Blame the jungler. Blame the jungler. Cause it's always. your fault. Blame the jungler.